Wenn Ihnen der Kanal gefällt, dann haben Sie die Möglichkeit, dich zu bewähren. Oder das Programm gut ist, dann haben Sie die Möglichkeit, zu bewähren, daumen hoch und daumen runter. Daumen hoch gut und daumen runter schlecht. Zusätzlich können Sie noch diesen Kanal abonnieren und eine Bestellung davon haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020